An der dieser kleine Kahn das sogenannte Rollschiff überholt, gibt es seit 1661 eine Fährverbindung über die Lahn. 350 Jahre schon. Kapitän Heinrich Herget, der diese Mini-Fähre im Badewannenformat bedient, hat eine Lizenz. Schließlich gilt dieser Fährbetrieb als Binnenschifffahrt. Seinen Namen hat das Rollschiff dem Rollen zu verdanken, über die das Drahtseil geführt wird.